Herzlich Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi und in diesem Video habe ich ein Update für Euch. Unser beliebter Wasserstoffbooster Aquavolta H2GO 2.8 ppm hat einige Neuerungen erhalten. Ich schalte ihn mal ein, damit Ihr es sehen könnt. Seht Ihr? Ihr seht gar nichts. Kommt mal mit in die Dunkelkammer, da sieht man es besser. Also, diese Taste hier hat mehrere Funktionen. Wenn ich sie einmal drücke, leuchtet die LED im Gerät blau und der Booster produziert 10 Minuten lang. Am Ende der Produktionszeit gibt mir das Gerät einen Hinweiston. Drücke ich die Taste 2 mal, produziert der H2GO 20 Minuten lang Wasserstoff. Bei dreimaligem Drücken der Taste, erhalte ich eine Wasserstoffproduktionszeit von 40 Minuten. Möchte ich die Wasserstoffproduktion vor dem Ende der Laufzeit abbrechen, es ertönt kein Hinweiston, mache ich das hier. Bei Stufe 1, blaue LED, die Taste 3 mal drücken. Bei Stufe 2, lila LED, die Taste 2 mal drücken. Bei Stufe 3, grüne LED, die Taste, oh wow, was ist das? Bei der dritten Stufe, die 40 Minuten lang läuft, verändern sich die Farben. Auf jeden Fall muss ich zum Abbruch hier nur einmal die Taste drücken. Eine super sinnvolle Funktion erhalte ich, wenn ich die Taste für 5 Sekunden gedrückt halte. Die LED leuchtet dann rot. Mit dieser Funktion erzeugt der Booster Ozon, um sich selbst zu entkalken und zu desinfizieren. Das Wasser kann ich dann auch zum Beispiel zum Waschen von Obst und Gemüse benutzen. Das schalte ich jetzt auch mal ab. Normalerweise kommt hier am Ende der Produktionszeit auch ein Hinweiston. Und dass du denen auch sagst, dass er erst richtig aktiv ist, nach 12 Stunden, also am nächsten Tag. Wenn du heute gestartet hast, zu nutzen. Gerade am Anfang können große Blasen sein und schwächer. Das heißt, wenn er testen will, erst am nächsten Tag dann testen soll, wenn er schon ein bisschen aktiv war. Und nicht tun, Wasser rein, am besten halt voll machen und dann nach 5 Minuten Deckel öffnen, wieder zumachen, weitermachen und dann testen. Das ist der schlimmste Fall. Noch eine Information. Die wäre schon wichtig, dass du am Anfang eben sagst, am nächsten Tag erst voll aktiv ist. Also, ihr habt es gehört, das Gerät sollte erst einmal eingefahren werden, um seine volle Funktionsfähigkeit zu erhalten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, die Elektroden sollten immer feucht sein. Falls sie doch mal ausgetrocknet sind, muss man den Booster erneut einfahren. Alles andere zum Aquavolta Age2Go 2.8 ppm entnehmt ihr bitte der Bedienungsanleitung. Diese findet ihr auch auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es war hilfreich für Euch, bis bald. Bis bald. 2. 3.